Ich bin immer live, wenn ich sage, ich gehe live raus. Es dauert einfach nur ein bisschen, bis die Notification rausgeht, weil die erst die Prominenz abtasten und dann irgendwann geht es zu den Bauern und da bist du halt ganz unten drunter. Deswegen kriegst du das nicht. Das bekommen nur Premium User.